Und weil wir natürlich in die Zukunft gucken, gucken wir mal auf die nächsten Tage und die Sonnenausbeute ist wirklich mehr als mau. Acht Stunden sind derzeit theoretisch möglich. Mittwoch null, Donnerstag null, Freitag null, kann man jetzt zusammen addieren, null. Dann kommen Samstag möglicherweise zwei und Sonntag nochmal eine. Da haben wir nochmal drei Stunden drauf. Das ist das Beispiel Düsseldorf. Also kurzum, ich will damit sagen.